Hi, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Killerline. So, ich wollte heute mal mit der Seuche spielen, aber eigentlich habe ich absolut keinen Bock schon wieder auf Endor. Dann gehe ich mal dort gucken, wenn es dort schon kracht. Warte, ich gehe hier gucken. Wo ist sie denn hingerannt? Dann doch nicht vor mir weg, Püppi! Ach, auch noch so eine Taschenlampen-Else! Linkes Scheiße auf der Map, weil ich dir das mal gesagt habe. Oh! Ich will jetzt nicht alles wegmachen. Oh! Riech! Zurzeit ist. Ich hänge! Ah! Wieso kann ich denn nicht? Ja! Du zählst schief! Mann! Komm her! Eule! Da ist einer! Neh mich jetzt auch! Hopp! Komm her! Komm her! Da ist einer! Ja! 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 Du! 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 Ich hase Indoor-Maps so sehr! Nein! Was ist denn jetzt hier rein? Ich finde keinen Haken! Verdammt! Okay. Savara, wir sind ganz gechillt. Oh! Jetzt kriege ich mich nicht aber an den Haken. Mir ist scheißegal, wie weit ich uns in hier bin. Hopp! Ah! Mann! Mann! Was ist doch der Geist? Mann! Mann! Das war's für heute. Ja, best! Das muss gelacht sein! So! Ich halte die Ballette auf den Kopf, ich hab dich trotzdem erwischt! So weit hinten! Oh Mann! Wir haben es echt gut gemacht, ne? Ich hab dich gesehen! Ich hab dich gesehen! Ich hab dich trotzdem erwischt! Ich hab dich im Kopf gebrochen! So weit hinten! Oh, oh, oh. AHHHHH!!! Hab das! Nein! Du gehst an den Haken! Hallo, du kannst mich mal! Eher nahm mich! Muss ich wieder so weit laufen? Oh, das ist bloß mal ein Bot, okay. Oh! Oh! Oh, ich hasse diese Koppe! Wieso ist der Bot so schlau? Warum ist ein Computergesteuerter Spieler so schlau? Du sprichst doch jeden! Jeder Vernunft! So, ist mir egal, jetzt habe ich dich. Wenn du mich schon wieder ansteckst. Ich habe da Lichtgeborene dabei, Mann. Anstrengend. Ich habe den Spatz immer mischt! Ja! Ja, die machen jetzt den letzten Genfathers, aber... ...besser wenn ich in Ruhe. Oh no! Hello! Schade. Mehr. Nein! Wir gehen an den Haken. Wir gehen an den Haken! AAAAAAAA! Also die fängen, ne? Die habe ich einmal kurz gesehen. Ich wollte deinen Grundkrall mal nutzen, ne? Was hältst du davon? Nur kurz. Was ist das hier? Was braucht das denn jetzt bitte? Ich bin vor Ort. Ich bin vor Ort. Was ist denn? Sagt mir bitte, ihr habt das auch gesehen. Ihr seid genauso verwirrt wie ich. Was ist denn? Wo, bitte? Keine Versteckung. Hab dich! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Du hast den Kott, alle. Schade. So, hier ist noch ein Keller. Immer noch ein Keller. Das klauen wir sowieso weg. Hallo? Ja, bleib den Gott schon. Wo bist du denn hin, Ada? Sind sie nicht getroffen? Habe ich sie getroffen. Also was, was mit der Fang war? Ganz ehrlich. Jetzt ist ja nichts mehr. Geist auch in den Keller. Hier, Alain, in Haken. Ruf! Ich bin tot. Hätte ich jetzt nicht erwartet? Na ja, dann geh raus. Also die muss ja so ein bisschen Pissen in Pink gehabt haben. Das war echt etwas wahr. Wartet ihr jetzt auf schönes Wetter? Ich komme doch nicht bei der vorbei. Ich gucke jetzt noch, ob ich hier irgendwo Paletten kaputt machen kann. Hi. Hi. Ah, hier. Oh. Hier ist nichts. Was kommt jetzt zuerst zu? Auch keine mehr. Es ist einer. Wenn man so einen scheiß Ping hatte. Ich hätte es ja erwischt. Das war schon fast Cheaten. Das war echt heftig. Muss ich mal sagen. Ah, nicht unfair. So. Naja, wir haben Pip gemacht. Oh. Oh. GG gibt es trotzdem von mir, auch wenn die Felgen... Also das war... Ja, für einen Ping kann keiner was, aber das war echt... Ich habe das noch nie erlebt. Das war doch das zweite Mal, dass ich das so krass erlebt habe. So ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight Killer Line. Bis dahin. Ciao.